Entschuldigung, Sie versuchen doch hier zu klauen, oder? Wie kommen Sie denn da drauf? Deswegen. Also gut, hören Sie zu. In Wirklichkeit bin ich ein Geheimagent. Diese Milch hier wurde eigens für mich hier deponiert. Der Inhalt entstammt aus einem russischen Militärlabor und enthält eine Bakterienkultur, die in der Lage ist, selbstorganisierend Wolkenkratzer zu produzieren. Ach. Ja. Und den Cognac, den brauchen Ihre Bauarbeiter Bakterien wohl für Feierabend, oder? Guten Tag. Leute, Kaufhausdetektiv, was ist hier los? Ja, gut, dass Sie da sind. Diese Angestellte versucht, eine geheime Mission des BND zu verhindern. Ach. Ja, hier ist der Ausweis. Ratsch, der Typ versucht hier zu klauen. Tja, Lisa. Hier steht es schwarz auf weiß. Agent des Bundesnachrichtendienstes. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Da steht es doch. Geheimagent. Ja, da muss ich mich wohl ganz offiziell entschuldigen im Namen der Einkaufsoase GmbH. Tut mir leid. Keine Ursache. Also, danke. 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 Und was ist mit dem Sekt? Äh. Tja, das ist gar kein Sekt. Das ist ganz neuer Raketentreibstoff, den ich hier in Empfang genommen habe. Hochexplosiv und hochgeheim. Das hört sich aber allerdings sehr geheim an, Lisa. Sehen Sie das nicht? Ja, dann. Halt. Moment. Wenn Sie Geheimagent sind, dann bin ich der neue Dalai Lama. Hier geblieben. Mensch, Herr Neude, Sie sind ein Genie. Wie sind Sie dem bloß auf die Schliche gekommen? Tja, Froschera, man muss schon ein bisschen auf die Details achten. Ein Geheimagent, der eine hochexplosive Flüssigkeit entgegennimmt und auf der Flasche steht BUMM. Mensch, was Sie alles sehen. Ja, ja. Und ich hätte schwören können, da steht MUMM drauf. Jo.